Ihr Lieben, das ist das allererste Mal, dass ich bei YouTube live bin und das wollte ich gerne mal ausprobieren. Das ist eine neue Erfahrung. Ich mache relativ viel bei Facebook, aber hier ist das wirklich für mich was Neues. Und ich möchte euch gerne hier auf meinem Kanal mein neues Kartendeck vorstellen. Entfalte dein Selbst. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der Imago-Prozess. Und bei diesem Buch geht es um... Dieser Prozess ist hochdramatisch und beschreibt Entwicklungsprozesse. Man kann jeden Entwicklungsprozess anhand dieses Imago-Prozesses zuordnen. Also du bist während eines Entwicklungsprozesses, wie auch immer der aussieht, ob das bedeutet, dass du ein Haus kaufen möchtest, ob du schwanger bist, ob du reiten lernen möchtest, ob du dich von deinem Partner trennst, was auch immer gerade geschieht. Jeder Entwicklungsprozess läuft nach relativ gleichen Mustern ab. Und das habe ich in dem Buch Der Imago-Prozess beschrieben. Und dann kam die Idee, ein Kartendeck dazu zu machen. Und du kannst mit diesem Kartendeck eine Karte dafür ziehen, wo stehst du denn gerade in deinem Entwicklungsprozess. Und da möchte ich euch jetzt ein Beispiel geben. Zum Beispiel, sehen wir mal eine Karte, Höhen und Tiefen. Habe ich jetzt gerade gezogen. Wer weiß, vielleicht trifft es gerade auf den einen oder anderen zu. Höhen und Tiefen. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ich möchte euch gerne dazu vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich müsste es eigentlich wissen. Immer so, wenn ich ein Wettbewerb und es ist fertig, dann, ja, hier ist das Buch. Wenn es dann fertig ist, dann, ehrlich gesagt, vergesse ich es auch meistens wieder, weil ich dann schon wieder am nächsten Projekt bin. Das heißt, ich lese es euch vor. Höhen und Tiefen. Erlaube dir Sprunghaftigkeit. Triff noch keine Entscheidungen. Hier nochmal die Karte. Wunderschön gestaltet von Renate Baumeister, die üblicherweise Engel malt. Zumindest habe ich sie als Engelmalerin kennengelernt. Hier hat sie sich auf Schmetterlinge und wunderschöne Landschaftsbilder eingelassen. Und ich bin ganz begeistert davon. Gib dir heute, was du brauchst und suche nicht nach einer Strategie, diese Situation zu meistern. Sie kann morgen schon wieder anders sein, morgen oder sogar in fünf Minuten. An einem Tag freust du dich auf das Neue, das da kommen will. Am nächsten fällst du in Tiefe Selbstzweifel und verlierst jede Hoffnung. Mal planst du begeistert dein neues Leben. Mal willst du am alten Leben festhalten und bist traurig oder hast Angst. Und das kennt ihr alle, wenn ihr sagt, dass ihr immer mal wieder an so einen Punkt kommt, wo ihr euch fragt, was soll das eigentlich? Ist doch ganz schön, wo es ist. Oder auch, wenn es eine Veränderung ist, die dir Angst macht, die dir nicht gefällt, dass plötzlich so ein Impuls kommt von, wow, vielleicht hat es durchaus auch Vorteile. So ist das mit Veränderungen. Du bist ein vielschichtiges Wesen. Einige deiner Schichten und Aspekte sind anderer Stelle als das Traumatisierte, das Veränderungen nicht erträgt und so weiter. Du kannst dir das vorstellen. Stell dir bitte einfach mal vor, du bestehst aus vielen verschiedenen Anteilen und stell dir ein Schwimmbad vor und alle diese Anteile ziehen ihre eigene Bahn. Die wollen alle als andere Ende. Da steht dann der Preis oder da ist die Veränderung. Aber die schwimmen alle unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen Stilen. Einer dümpelt vielleicht ganz, ganz furchtbar lange am Grund herum. Der andere schwimmt im Deltal, ist in einer halben Sekunde drüben. Einer muss überhaupt nicht schwimmen, der ist wie Lied und ist sowieso schon drüben, ist quasi gleichzeitig überall. Das Kindchen kann vielleicht noch gar nicht richtig schwimmen und braucht einen Schwimmreifen und jemand, der ihm hilft. Das ist als Bild ganz gut. Und das Ganze findet erst dann wirklich statt, wenn alle Anteile drüben sind. Irgendwie juckt mir gerade die Nase. Das ist oft so bei Energien. Das spirituelle Seelenwesen, das du bist, ist schon längst im Neuen angekommen, sehnt es sich doch schon so lange danach. Aber der Körper, der du auch bist, kann sich noch gar nicht überhängt noch fest. Das ist so und das darf so sein. Deine Anteile sind auf einer Autobahn. Manche sind schneller als andere. Manche Fahrer sind Draufgänger. Andere zögern. Einige fahren vernünftig. Andere stehen mit einer Reifenpanne oder rauchen dem Motor auf den Seifen aus dem Seitenstreifen und müssen erst fit gemacht werden. Was kannst du da machen? Nichts. Es wissen und im Frieden damit sein. Erlaube dir Sprunghaftigkeit. Triff heute noch keine Entscheidungen. Du kannst heute nach einer neuen Wohnung suchen und morgen fest entschlossen sein, dein Haus niemals zu verlassen. Beides stimmt. Immer für jenen Anteil in dir, der sich gerade zeigt. Schau, du hast viele verschiedene Wahrheiten für eine Angelegenheit, je nachdem, welchen Anteil du in dir befragst. Und mit dieser Karte, die ich euch hier jetzt gerade mal gezogen habe, mit dieser Karte zeigt es dir, dass du in deinem Prozess gerade an einem Punkt viele verschiedene widerstrebende, sich widerstrebende Impulse gibt, die alle richtig sind. Das heißt, heute ist kein guter Tag, eine Entscheidung zu treffen. Muss aber auch nicht. Du erlebst plötzliche Erkenntnisse, fallen, fallen, die Dinge werden klar und du bekommst einen Eindruck dessen, wohin deine innere und äußere Reise geht. Und dann ist alles wieder trüb, du verlierst die Hoffnung. Erlaube das. Es ist anstrengend, aber sehr sicher. Es geht vorbei, du bist auf dem Weg und es gibt nichts zu tun. Andere Karten sagen zum Beispiel, du und deine Pläne, ihr dürft groß und strahlend sein. Eine andere Karte sagt, du darfst die Lasten, die du für andere trägst, an gute Kräfte weitergeben. Denn stell dir bitte vor, du bist irgendwie angekommen an einem Punkt in deinem Prozess, wo du merkst, jetzt würde ich gerne rausgehen, erfolgreich werden, glücklich werden oder irgendetwas Tolles machen. Und du merkst, wow, ich kann gar nicht, ich bin irgendwie viel zu schwer. Das gehört auch zum Prozess. Und wenn du diese Karte dazu ziehen würdest, würde ich dir hier genau sagen, was du machen kannst, damit es aufhört. Also, entfalte dein Selbst. Ist ein Kartendeck? Und ich möchte dich mit diesem Kartendeck begleiten durch deine Veränderungsprozesse. Ich möchte dir in jedem Moment etwas an die Hand geben. Mehm, du, ich mache jetzt hier mal ganz, als witzig, ich habe es ja schon wieder das Gleiche. Ha, spannend. Guck mal hier. Verletzlichkeit. Verletzlichkeit. Erlaube dir nur wenig sichtbar zu sein und dich zu tarnen. Dankeschön, Alexa. Du schaust zu, ein sehr schönes Deck. Dankeschön. Es war mir eine ganz große Freude, dieses Decken. Denn du kannst immer dann, wenn du in einem Veränderungsprozess bist, und das sind wir eigentlich ständig und meistens, einfach eine Karte ziehen, jeden Tag und kannst schauen, ah, wo stehe ich denn heute gerade? Es gibt auch Karten dabei. Da sage ich dir, Handeln ist angesagt. Auch wenn du Angst hast, geh raus und mache es. Denn es gibt irgendwann auch den Moment, wo der Schmetterling aus dem Kokon schlüpfen muss, ob es ihm passt oder nicht. Wenn ein Schmetterling aus dem Kokon schlüpft, ist er noch nicht ganz fertig. Das ist wichtig zu wissen. Die Flügel sind noch weich und nass. Er ist noch kein stabiler, gesunder, kraftvoller Schmetterling, der jetzt sofort losfliegen kann, sondern er braucht eine Stunde, manchmal auch mehrere Stunden, bis die Flügel ausgehärtet sind. Und in dieser Zeit ist er sehr, sehr verletzlich. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, zeigst du dich, obwohl du noch nicht ganz und gar fertig bist. Und das ist wichtig zu wissen, dass du noch nicht perfekt sein kannst, bevor du rausgehst. Den letzten Rest, den lernst du übers Learning by Doing. Hier gibt es, ich möchte euch noch ein paar verschiedene Karten zeigen. Ziele. Freue dich auf dein Ziel. Erkenne und fühle seine Großartigkeit und Leuchtkraft. Ganz, ganz gut kann man mit diesem Deck auch mit Klienten arbeiten. Wenn du Klienten begleitest und lässt sie einfach mal eine Karte, wo stehen wir denn heute, was braucht es denn? Auch eine kleine Übung dabei oder eine kleine Inspiration, entweder ein Ritual, manchmal sogar eine kleine Meditation. Entfalte dein Selbst, heißt das Kartendeck. Erschienen im Schirner Verlag. Es bezieht sich auf den Imago-Prozess. Wie entwickelt sich der Falter, der Schmetterling im Kokon aus der Raupe zum Schmetterling? Was passiert da ganz genau? Erschienen im Schirner Verlag. Die Bilder, die Karten sind von Renate Baumeister. Sie hatte auch die Idee. Ich wäre von mir aus nicht drauf gekommen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit diesem Kartendeck. Und freue mich wirklich von ganzem Herzen, wenn ihr es eifrig nutzt. Ich liebe dieses Kartendeck. Ich arbeite viel damit. Jetzt ist die Frage, warum braucht man noch ein Kartendeck? Naja, weil es dich durch Veränderungsprozesse begleitet und dir jeden Tag einen Spiegel dafür gibt. Wo stehst du denn heute in deinem Veränderungsprozess? Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich wollte es mal live ausprobieren. Jetzt habe ich schon zwei Zuschauer. Ich finde es total schön. Und schaue ich mal, wie ich das dann hier geteilt bekomme. Jetzt beenden wir das Ganze erst mal. Habt einen zauberhaften Tag. Ich danke euch.